Willkommen zurück, geliebter Anhänger des... Lalalala, Mensch! Gut, bevor wir also den Sturm gegen Alariel starten, würde ich wirklich gerne jetzt mit Inkari das Geister... Geisträuber-Schwert holen. Und die Map ist geil. Die Map ist wieder mal was Neues, Episches von den vielen. Ich kann ja auch Soja machen. Ah, jahrelang habt ihr mein Geisträuber-Schwert bewacht. Aber jetzt knallt's. Am Grund des Meeres. Oh, wird das gut. Die Map gucken wir uns jetzt wieder erstmal an. Drei... Äh, ein Kommandant, zwei Helden. Zwei Drachen. Oh, jetzt geht's los! Jetzt knallt's hier nämlich. Das Meer wird abheben. Drei Drachen. Asa, move aside, and I may grant you a gift rarely bequeathed by my other playthings, a quick and only mildly painful death. What vex me and the agonies I shall visit upon you and your descendants will be as legend, sung in the halls of the March of Fortress for eternity. Get ready! Bring them to me! My feet, the fish, begins! We are in agreement! Damit wir hier kämpfen können. Ist das gut? Hier, die Drachen. Boah. Meine Süßen. Das Schwert unserer Bestimmung wartet. Ja, meine Champions. Meine Dreier. Ohne Gnade. Ohne Gnade. Attack! Vorwärts! Du bist in Bewegung mit aus! Ich schau dir weg! Ich schau dir jetzt weg. Toll! Der Weg! Ich schau dir! Der Weg! Der Weg! Oh, ich kriege Gänsehaut, Leute. Los, meine Dämonetten. Steht auf. Macht diese Bestien zu Brei. Aua. Ist das episch. Das Schwert gehört mir. Macht mal die Mutti's hier kaputt. Oh, ich fache. Ich fache. Ich fache. Ein paar Peitschniebe für die Ohnordigen. Hier ist nämlich Schluss. Geht mal auf die Drachen jetzt, hier meine Gruppen. Die gehen mir nämlich richtig auf den Pissar. Alter, der macht es langisch. Das eskaliert. Ja, einer ist weg. Noch einer ist weg. Alter, sind wir gut. Jetzt auf die Mutti. Lande. Auf die Mutti. Den kriegen wir. Macht ihn kaputt. Alle auf ihn. Ja, ihr seid nichts mehr. Und das Schwert gehört mir. Auf sie. Auf die Mutti. Richtig gut. Oho, ein Massaker. Oh, es wird so finster für euch. Die Macht der Götter ist uns. Ja, macht mal die Mutti. Macht mal die Mutti, ist kaputt. Die brauchen gar nicht erst abhauen. Ja. Ich wollte die Mutti. Ich wollte die alle schneiden. Ich wollte die alle schneiden. hören die Tage. Überhaupt von dem ganzen Warhammer-Ding. Das ist so geil. Ja, das war schon fulminant. Oh, Mensch, ist das Spiel noch geil. Oh, kriegt mal Pipi da. Ja. Jetzt haben wir das Geisträuber-Schwert. Jetzt hat er die Korte gedreht. Sollst du sie nicht drehen, Mike, oder? So. Ja, guck mal. Wir bekommen 10% mehr Geld nach der Schlacht. In der Provinz, in der wir uns befinden. Slanisch Korruption plus 5. Rekrutierungskosten, gut. Nahkampfangriff nochmal. Der ist jetzt bei Nahkampfangriff 90. Der trifft eigentlich immer. Waffenstärke nochmal 10%. Und wir können ihn für 17 Sekunden ganze 100% verstärken. Waffengrundschaden 100% Rüstungsverstrengung der Schatten. Der boxt sogar Korn um. Ohne Scheiß. Also Inkari sollte man nicht unterschätzen. Das habe ich schon mal mitgekriegt, wo ich ohne Cheats noch gespielt hatte. So, Fähigkeiten. Tja, jetzt wird es schwierig, ne? Was nehmen wir? Das haben wir ja alles jetzt. Ich brauche ja nichts mehr. Wir gucken mal hier weiter. Nahkampfangriff plus 4. Angriffsbonus für Jägerin des Slanisch. Und Seelenjägerin des Slanisch. Ach nee, das Kommandant. Jägerin des Slanisch werde ich ja holen. Nochmal Angriffsbonus. Das nehme ich. Lady O.V. Meine Süße. Mein Champion. Der schlüpfrige Champion. Mobilität noch mal steigern. Lady Finisher. Geschwindigkeit. Das ist ja die mit dem... Ne. Wieso sind die so schnell? Wieso sind die so schnell? Keine Ahnung. Die sind alle schnell. Ach, wegen den Pferden. Die muss ich ja noch entrüsten. Das mache ich nämlich auch. Oh, hier. Lady von Schneiden. Da hat die ja auch noch Punkte. Nein. Ihr seid meine Assassinen. Ihr braucht keine Pferde. Ey, gut, ne? Okay. Wir bauen noch schnell. Torku Wuali. Vorletzte Stufe. Gut. Und dann haben wir es. Das Geisträuberschwert. Ist unser. Malaria. Ich hoffe, du hast das gespürt. Denn damit werde ich dich schneiden.